Oh nein, oh nein, ich wurde gesperrt. Da haben in den letzten Stunden viele Käufer-Suche gestartet. Bitte warten Sie eine Weile und versuchen Sie es dann erneut. Mach doch nicht bedimbedim, was soll denn der Scheiß? Bedimbedim. Kalem, kalem. Nein, es geht immer noch nicht. Digga. Entweder musst du deinen Daddy fragen oder du musst bei es ihm ein bisschen zacki-zacki machen. Die Zahlung will nicht durchlaufen. Ja, willst du ihm auch dein Geld nicht? Die Pimmels wollen mein Money nicht. Warum wollen sie mein Geld denn nicht? Ich steck's dir doch grad im Argen. Und are you ready? Ja. Das Spiel könnte nicht reden. Das ist mittlerweile bestimmt der 30. Versuch. Ich krieg gleich nur 30 Pop-Up-Saison-Virus. Die wollen kein Geld. Das steht jetzt mittlerweile Versuch und sie ist in einigen Stunden erneut. Jetzt steht er, kontaktieren Sie den Steam-Support. Und auf Weibart drücken. Wurde einfach von Steam geblacklistet. Ich persönlich. Oh, 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 oh. Der Augen geht grafisch. Der Augen geht grafisch. Irgendjemand muss ja funny moments sein. Wenn ich Freudeback sag ich böse Worte. Ich guck nur zu, wenn David nicht dabei ist. Ice-Ois-Crack. Jetzt war gewalt. Doch natürlich, es kommt auch durch. Ja, auch während ich nicht spreche. Ja, doch, ein bisschen. Ja, es kommt durch. Ich hab dir eigentlich übersteuert. Soll ich mal... Deine Einladung hat mir meine Settings geschlossen. Ich will Unreal Engine im Spiel. Meine Fernseher befolgt. In dem Moment ist es gestartet. Oh, hier draußen ist es sehr, sehr feucht. Ey, Spoiler. Ich möchte selbst herausfinden, wie feucht sie sind. Oh, mein Gott, Alter. Das ist so geil. Alter, sieht das geil aus. Schnauze. Oh, sorry, Spoiler. Ich sehe da unten nur einfach Karre. Als Namen. Ich bin oben im Raum. Hilfe. Wie, wo, ich will dich sehen. Ich sehe mich nicht. Hallo. Hallo, JJ. Was hat er sich gedacht? Hi, JJ da unten. Hi, JJ. Hi. Ganz gut. Kannst du mich mal hier runterholen? Nein, danke. Ich hab's nicht gesehen. Da ist eigentlich halt die Tür einfach rauf. Ich bin gefallen. Ich bin gekommen. Ich sehe das. Seid ihr schon in Bäume fällen? Warum fällen hier Bäume rum? Wie einfach hier die beiden auch noch gelandet sind. Er hat mich gerade umgestoßen. Wo bin ich? Ja, wo bist denn du? Äh, äh, okay. Ich bin festgebunden. Aber wir müssen ihn retten. Tatsächlich nicht, aber ich bin hier beim Cap. Seht ihr mich? Hier hinten, ja. Hä? Wie bist denn da gelandet? Ja, weil irgendwer... Irgendwer hat mich umgestoßen. Da hast du eine Granate gefunden. Oh, ich hab auch eine Granate. Wir haben eine Granate. Bin... Hier, nimm mal. Hey. Hier, da ist ein Baum gefallen. Hilfe! Und noch einer. Hilfe! Hilfe! Ich bin auch schon fast tot. Oh, ich hab auch eine Granate. Wie kriegt man denn bitte eine Axt? Da. Da hat man direkt zu meinem Fluch. Aua, ich bin tot. Hallo? Oh, man kann die innen stellen. DT, hier, fang mal. Willkommen zu den Streets of London. Ah! Willkommen zu den Streets of London. Vogel! Vogel! Nein! Vogel! 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 Hallo! Ich war... Ich war doch auf meine Camp! Hallo! Vogel! 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 Ich töte ihn, während er wieder los ist. Wo ist der Vogel? Vogel! Vogel! Da ist der Vogel! Auf Andres Kopf! Hallo! Ich bin wieder getötet! Weißt du was? Im Wald? Was kann man noch machen? Wow, dieser Fluch hat echt einen geilen Anfangen. Boah! Wenn ich herausfinde, wie ich dieses Ding droppe, werde ich zurückkämpfen. Aber so lange... Ich sag's dir nicht. Ich sag's dir nicht. Der Baum wird mich bestimmt... Ich... Auch ein Reh. Guck mal, André, wollen wir das Reh zusammenjagen? Nee, ich halb dich! Warum denn das? Was hab ich dir getan? Hast du mich jetzt komplett umgebracht, du Wixxer? Du bist schon beim Ausrufezeichen, bestimmt. Jaaaa... Ist das nicht dann da, wo du gefesselt warst? Ach mal, jetzt will ich da wieder hinlaufen. Ich komm nicht mehr aufs Inventar, ich hab die ganze Zeit Stücke in der Hand. Ich komm dann nicht weg. Ich glaub, ich hab den ersten Bug. Oh nein! Boah, ich... Äh... Hello there! Hinter dir! Wurde verfolgt von ihr links. Ja, ja. Guck mal, der ist zu dumm, der rennt die ganze Zeit. Guck mal, der... Das sieht mir voll creepy aus. Ich hab auch wieder Spaß und ich hab noch die drauf gesehen. Wuhuhuhuhu! Wuhuhuhu! Gott, ey! Der hat den Passen eingeladen. Da ist das nicht immer noch ein. Der hat schon wieder erst mit dem Radio ausgemacht. Ja, was will denn in der Angst man eigentlich hierbleiben, wenn wir hier schon kurz noch aufs Zellschau'n? So, jetzt ist es kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Er hat das Radio kaputt gemacht! Hör dir den! Auf den Kannibalen, Cam. Ich musste doch kurz ausmachen, du Vollpfosten. So schlimm? Du konnt nix mehr machen. Der war doch voll verlangt. Mit dem Stöckern. Nicht sich denn irgendwie wieder einhören? Ja. Der ist doch schon drin wieder. Du, ich bin doch hier. Junge, wie lost bist du heute? Warum bist du so? Das ist ganz schlimm. Er weiß nur noch The Forest. Ich hab große Kannibalen gefunden. André Lauf. Die sind ja wirklich die große. Wo? Ja. Oder wollen wir die angreifen? Was? Warte, ich komm mal. Ich komm mal. Wo, wo, wo? Nicht bewegen. Wenn wir uns nicht bewegen, sehen sie uns nicht. Das ist kein The Forest. Das sind Kannibalen. Klettert. Klettert. Ja, ich seh's. Rechts ist auch einer. Rechts ist auch einer. Links. Alter, die sind zu viert. Die sind zu viert. André. André. Die kommt, die kommt, die kommt. Die kommt, die kommt. Bleib liegen. Ich find's okay. Ich find's okay. Ey, und du hier. Mit deinem Ball. Oh Gott, ist das riesig. Ich bin tot. Alter, ist das stark. Ich bin auch tot. Und das ist noch... Ich zieh mich zurück. Goodbye. Warte, du bist bei mir. Guck mal, dann sag ich's. Wir sind alle hier. Auf geht, wir schnappen uns dahin. Oh, ich hör schon. Oh ne, der ist hier. Heute nein. No. Ich bin direkt tot. Warte, ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh weg. Warte, ich geh mal auf die Flasche. Ich hab ne. Keine Ahnung. Danke. Du hast mich, glaub ich, grad gekillt, JJ. Juk hat's da grad zahnen gekriegt. Hier ist noch irgendwas. Habt ihr das auch gehört? Oh. Kannibale. Ich zieh schon. Wir nennen der... Oh. Und die fach noch nicht. Er klettert. Er klettert. Ich fähl den Baum. Ich hab meinen Sperr geworfen. Und der hat ihn einfach abgefahren. Hey Leute, ihr müsst euer Notfallpaket mal öffnen. Ich hab's schon lange geöffnet. Du bist der einzige, der's nicht geöffnet hat. Oh, die Frau. Die hat vier Beine. Und drei Arme. Ich hab doch... Ich hab doch gesagt, die kann mehrere Jobs anledigen. Drei Beine, dann auch drei Sachen zwischen den Beinen. Ich bin direkt hinterher. Ich nehme dich auf. Dich zum Schwadeanzug. Komm her. Schnapp sie die andere. Ich hab's dir gleich. Gib das nicht auf. Ich werd das jetzt verfolgen, bis wir sie haben. JJ verfolgt. Girls? Ich seh sie. Nein, willst du? Hinterher. Nein. Ich schnapp sie wieder. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ja. Ja. Oh. André, du hast verfolgt. Kann sie reviven, ne? Ist die French? Hallo? Nein. Nicht wegrennen. Ja, wieder. Nicht wegrennen. Jetzt sind wir zu viel jetzt hier hinterher. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Nein. Nein. Sie war das bisschen. Sie hat sich nicht gewerbt. Sie hat nichts getan. Irgendwie fühl ich mich schlecht. Omen Swizzet. Schalinizi Ad outcome. Man hat aber auch denacken. Ich hab's. monitoring염. Wie oft kann man die ruled rommen. Schon jetzt наших defect ist. Hearts mehr. Ich hab's. behavior ent Colin vor Jesus. 離 abolitionen